Moisen, Stefanie, happy ones. So jetzt sind wir endlich da, also so richtig und zwar mit allem was man braucht, mit einer trockenen Haut, mit dem ersten akkuraten Sonnenbrand. Wir waren nämlich heute schön über den Tag, waren wir an einem Strand am Estränk. Das ist übrigens, naja jetzt hätte ich fast gesagt Geheimtipp, wenn du mal auf Mallorca bis fährst du unten Südküste Estränk, naja so geheim ist das gar nicht, da war nämlich ganz schön voll heute. Aber es ist ganz nett, da gibt es zwar so Buden, da kannst du ein bisschen Burger essen, ein bisschen trinken oder eine Cola, je nachdem was man so gerade an Gusto zu stillen hat. Und jetzt sind wir wieder auf der Finca, übrigens eine geile Aussicht, oder? Kannst du das erkennen? Da hinten ist das Meer, da ist unser Pool, da gehen wir vielleicht noch rein gleich, wir müssen ja wieder sauber werden von diesem Salzwasser. Und da muss ich mich eincremen, hab extra sogar schon Aftersun gekauft. Ja, auch einen Mann muss ich mal pflegen, hilft ja nichts. Meine Haare sind noch ein bisschen salzig, dachte ich mir, setze ich mir eine Mütze auf. Und übrigens Thema von jetzt und diesem Video, was jetzt folgt, naja, Meinung der Anderen und, ja, mach dein eigenes Ding, don't give a fuck on what the others are telling you und bla, sylz. Wie komme ich drauf? Naja, das scheint jetzt gerade wieder so ein Stück weit mehr in Mode zu kommen, auf vielen Kanälen zu erzählen, naja, mach dein Ding, gib nichts darauf, was andere dir sagen, höre nur auf dich und, und, und. Und da sage ich, Hm, weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, wenn man, äh, fuck off auf das gibt, was die Anderen sagen. Weißt du, ich glaube, das Ganze ist wieder so ein Schwarz und Weiß Ding. Ja, ich bin total davon überzeugt, dass es nicht besonders klug und, und, und erquickend und, und freudemachend ist, wenn man sein Leben immer nur so lebt, dass es anderen Menschen gefällt. Ja, das muss ja auch mir gefallen, denn erster Ding ist es ja mein Leben. Das würde es nur, wenn ich mein Leben immer nur, und jetzt überspitze ich und überziehe ich das ganze Ding auch mal, immer nur so lebe, wie, wie ich das will und überhaupt nichts darauf gebe, was andere Menschen denken, fühlen und mir vielleicht mit auf den Weg geben, dann bin ich, und jetzt könnte man dieses Wort vielleicht verteufeln, weil es bewusst, Stilmittel der Übertreibung, hart gewählt ist, dann ist das asoziales Verhalten. Punktum. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir Menschen, wir sind immer schon, also zumindest hoffe ich das und gehe momentan auch noch ganz stark davon aus, wir sind soziale Wesen, wir sind Rudeltiere und in einem Rudel, da kümmert man sich auch umeinander und dazu gehört zumindest für mich in meiner Wahrnehmung auch, dass man durchaus auch Wert legt auf das, was andere Menschen versuchen, einem mit auf den Weg zu geben. Wenn ich einen guten Freund habe, der mir einen Tipp gibt, dann liegt es ja an mir, ob ich das, was er mir erzählt, umsetze. Aber ich kann es doch annehmen. Wenn ich einen Teilnehmer habe auf einem meiner Trainings und der schreibt in den Feedbackbogen irgendetwas rein, was vielleicht im ersten Moment gar nicht so besonders gut schmeckt, der Herr Günther war zu lustig oder er war zu locker oder er hat zu schnell gesprochen, was auch immer, dann liegt es an mir, ob ich es annehme. Es liegt immer an mir, ob ich es annehme, aber es liegt auch an mir, ob ich darüber nachdenke. Und wenn ich einen Fuck auf das gebe, was andere Menschen mir mit versuchen zumindest auf den Weg zu geben, dann stehe ich total still. In dem, was ich tue, dann werde ich nicht vorankommen. Und wenn ich mir immer nur die, ja weiß ich nicht, vermeintlich positiven Feedbacks raussuche, wenn ich im Job immer nur die Feedbackbögen lese, wo steht, der Günther, der ist total toller, dann komme ich auch nicht voran. Das fühlt sich zwar irgendwie gut an, weil dann ist mal akkurat der Bauch gepinselt, aber besser werde ich dadurch nicht. Und wenn ich, und das betrifft auch ganz viele, die sich mit unseren Themen auseinandersetzen, nämlich mit Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich mich immer nur mit den fünf Menschen umgebe, die ich eh geil finde, dann werde ich auch nicht besonders wachsen. Denn die Frage darf ja legitim sein, wann wachse ich denn, wenn ich mich in einem Umfeld bewege, die mir ständig nach dem Mund reden, die mir ständig den Bauch pinseln und die mir ständig sowieso immer nur das, was ich hören will, ins Ohr erzählen. Ich weiß nicht, ob ich dann geformt werde. Vielleicht werde ich immer dann geformt, immer dann entwickelt, wenn es tatsächlich darum geht, auch mal Gegenwind zu spüren, sich auch mal mit Themen, mit Meinungen auseinanderzusetzen, die eben nicht unbedingt mit meiner Meinung korrespondieren. Was hältst du davon? Wie gehst du mit Feedback um? Wie gehst du damit um, wenn Menschen zu dir sagen, mach immer nur das, worauf du Borg hast? Ist das für dich etwas, wo du sagst, ja toll? Oder ist das etwas an der Stelle, wo du sagst, weiß ich nicht, ich müsste auch mal darüber nachdenken, ob das, was ich tue, vielleicht etwas ist, was anderen Menschen wehtut, schadet, verletzt, ärgerlich macht. Und dann denke ich kurz darüber nach, bevor ich in die Handlung gehe. Und wenn ich feststelle, das, was ich jetzt gerade vorhabe, das würde jemanden verletzen, dann sollte ich es vielleicht sein lassen. Zumindest in meiner Welt gehört das zu einem guten, sozialen und vor allem auf Dauer funktionierendem Miteinander dazu. Bin ich total gespannt, was deine Meinung ist. Schreib es doch einfach mal hier unten drunter. Übrigens, unten drunter, pass mal auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt zeige ich dir mal ganz kurz, was hier so los ist. Ich nehme dich mal mit. Jetzt muss ich mal dieses ganze Mikrokabel-Arschzeug nehmen. Mir hat ja einer geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Muss mal aufpassen, wenn du so im Wind sitzt, dass du das Mikro nimmst. Ja, habe ich gemacht. Guck mal. Pool, Zuschauer, Zuschauer, Pool. Der ist total tief. Also wenn du mal ein Kind ertrinken willst, hier ist super. Hier vorne total flach und dann geht das, glaube ich, so steil wie bei Mount Everest runter und da hast du 8,80 Meter. Ganze tief tauchen. Ab Noé. Ab 1,20 kam ich wieder hoch. So, da ist das Meer und hier sehe ich auch zum ersten Mal, hier ist es auch schön. Da hat mal einer ein Feuer gemacht. Das waren wir nicht. Nein, das waren wir nicht. Ja, ansonsten, da vorne, da sieht man, sieht man das, kannst du das sehen? Da hinten ist der Leuchtturm von Porto Colom, heißt der Ort. Das heißt, da vorne ist so ein bisschen ein Ort. Da sieht man auch schon so ein bisschen Hotelzeug. Das ist gut, weil da gibt es einen Supermarkt, da kann man schön einkaufen. Ansonsten habe ich dir den Pool eigentlich schon gezeigt. Sag mal, da hat der Pool. Guck mal, was für ein schöner Pool. Und der ist auch gar nicht so kalt. Der ist eigentlich ganz geil. Der ist abends auch beleuchtet. Übrigens, ich habe heute auch ganz viele Videos, also das heißt nicht nur ich, sondern wir, ganz viele Videosequenzen aufgenommen für unseren Vlog. Boah, wird das ein Vlog. Du wirst so dahin schlittern. Gladus wird sich wahrscheinlich totlachen. Aber ich glaube, für unsere Verhältnisse wird das ein bombastisches Ding. So, und jetzt sagen wir nochmal ganz artig, wir haben das ja den ganzen Tag geübt und brav. Hallo. 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 Super, oder? Funktioniert auch hervorragend. Guck mal, wir haben Tischtennis, wir haben Buhl oder Boccia und wir haben auch noch ein Haus. So mit, das ist wahrscheinlich viel zu dunkel. Mit Wohnzimmer, mit Küche, mit Blach und Abend gibt es Burger. Aber das ist ja gar nicht so interessant. Viel interessanter ist ja tatsächlich das, was du zu dem Thema glaubst, meinst oder zu wissen meinst, was ich dir gerade erzählt habe. Sozial? Asozial? Irgendwo in der Mitte? Lass mal hören. So, 37 Punkt Landung. In diesem Sinne, wünsche ich natürlich, das habe ich aus dem Auge. Total schönen Abend. Wir hauen uns ein paar Burger auf den Grill heute. Und dann werde ich mich wieder ransetzen und so ein bisschen den Vlog schon mal schneiden. Boah, eine Sisyphus-Arbeit. Schön, was ist noch für ein Tag? Freitag. Schönen Freitag. Oh ne, er ist doch schon rum. Schönen Freitag dir. Und wenn wir uns nicht mehr hören, erstmal ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüssing. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Schweizerdeutsch. Tschüss. Das war's. Das war's.